20-jährige. Wer? Tunny da. Da vorne drin. Was sieht das? Fette. Habe ich geschlagen oder was? Wegen Wikinger. Wegen Wikinger. Wikinger überhaupt nicht. Mach die Hose einfach nicht! Bist du wieder gesund, ja, oder? Du hast den Tunny gestiegen. Du hast den Tunny gestiegen. Scheiße, Mann. Ja, ich werde dich aufholen, ehrlich. Wollen wir mal was? Ja, zieh das nicht. Ja, zieh das nicht. Ja, zieh das nicht. Was hast du das Bauer gesagt? Jetzt Uhr nass machen! Warte, Opa! Was ist es? Mach Hut nass, Raffi, wenn du Eier hast! Der ist noch nass. Ach komm! Wenn du Eier hast. Raffi, du hast Eier. Aber Dennis ist noch nicht nass. Noch gleich. Ich habe eine Tasche mit dir, ja. Und dann machst du dich nass. Nee, dann lass dich nass machen. Das ist doch blöd, gell. Bei dem Wetter ist doch geil. Trocken doch eh wieder. Ich hab's bloß das letzte Mal zu lang gemacht. Ich hab voll Ohrenschmerzen gehabt am nächsten Tag. Was ist die nass? Nee, weil ich so lang kalt war, weißt du? Das trug doch irgendwie schnell. Schau, du bist immer noch nass. Ja, bin ich ja auch. Aber ich bin ja auch gerade eben. Jetzt Nesrin, los! Was passiert? Nein. Außen. Außen. Du. Aaaaaaah! Die Kamera ist so beschissen, ey. Achtung Passanten! Achtung, wenn die vorbei sind, dürft ihr weitermachen. Wie heißt es dann Kollateralschaden? Wenn irgendjemand nass wäre, der eigentlich nicht schuld war. Wieso weißt du gleich, dass du uns reichst? Jetzt ist ein Fallzucker! Arnisch! Ich bin voll und krassisch! Danke, wenn du aufs röschen Weg kommst, Strahl raus! Kommt Strahl raus, wenn du aufs Augen schnitt... Dieses Kluarwasser? Was hat das? Wer hat einen Kuwait? Was? Da ist schon Kluar drin. Hast du gehört, Thiago? Wenn du aufs Orange... Wenn du aufs Orange triffst... Wenn du das Orange triffst, kommt Strahl raus! So ein Schiss, ne? Du musst immer voll die riesen Klappe... Hör jetzt!